Wahlen in den USA sind mittlerweile zum Milliardengeschäft geworden. Schon im Jahr 2008 geben der Demokrat Barack Obama und sein republikanischer Herausforderer John McCain gemeinsam über eine Milliarde Dollar für den Wahlkampf aus. Doch wenn so viel Geld im Spiel ist, wird die Politik dann käuflich? Wahlen in den USA Watergate-Skandal Anfang der 1970er ist das größte politische Erdbeben der jüngeren US-amerikanischen Geschichte. Journalistinnen und Journalisten enthüllen, dass der US-Präsident Richard Nixon die demokratische Parteizentrale abhören lassen wollte und auch, dass er illegal mehrere Millionen Dollar von Firmen erhalten hat. Präsident Nixon tritt 1974 als bislang einziger US-Präsident von seinem Amt zurück. Nach diesem Skandal wird der FECA verabschiedet. Dieses Gesetz regelt, wie viel für den Wahlkampf eingenommen und ausgegeben werden darf und woher das Geld kommt. Die Obergrenze für die Wahlkampfausgaben wird aber vom Höchstgericht, dem Supreme Court, wieder aufgehoben. Die Richterinnen und Richter des Supreme Courts greifen auch im Jahr 2010 entscheidend in die Regeln der Wahlkampffinanzierung ein. Ihre Entscheidung im Fall Citizens United gegen FEC sprengt alle Grenzen bei der Finanzierung von Wahlkämpfen. Das Höchstgericht entscheidet damals für die NGO Citizens United. Ihr wird 2008 von der FEC verboten, ein Wahlkampfvideo gegen die damalige demokratische Kandidatin Hillary Clinton zu veröffentlichen. Der Supreme Court sagt mit diesem Urteil, Wahlkampffinanzierung von Unternehmen und Vereinen ist eine Art der freien Meinungsäußerung und deshalb erlaubt. Diese Entscheidung ist die Geburtsstunde der sogenannten Superpacks. Ein Superpack ist eine Art Wahlverein, der eine unbegrenzte Menge an Spenden erhalten darf. Die Superpacks dürfen sich aber nicht mit den Kampagnen der Kandidatinnen und Kandidaten absprechen, wie sie das Geld ausgeben. Das müssen sie auch gar nicht. Sie können dann beispielsweise von Unternehmen Gelder einsammeln und Werbekampagnen für ihre Lieblingskandidatin oder ihren Lieblingskandidaten produzieren. Seit dieser Supreme Court Entscheidung sind die Wahlkampfkosten förmlich explodiert, wie diese Statistik zeigt. Doch es gibt auch eine Gegenentwicklung. Kandidatinnen und Kandidaten der Demokraten, aber auch einige Republikaner erklären im Wahlkampf, keine Hilfe von Superpacks zu wollen. Sie wollen unabhängig von reichen Spenderinnen und Spendern sein. Die milliardenschweren Wahlkämpfe haben auch Auswirkungen auf die Demokratie. Wenn viel Geld von reichen Menschen gespendet wird, glauben zwangsläufig immer mehr Wählerinnen und Wähler, dass die Politik käuflich ist. Das Vertrauen in das politische System sinkt. Auf der anderen Seite kommen US-amerikanische Politikerinnen und Politiker nie aus dem Wahlkampfmodus heraus. Manche verbringen täglich Stunden am Telefon, um Spenden zu sammeln. Der Rechnungshof ist dafür zuständig zu überprüfen, ob diese Regeln auch eingehalten werden. Er muss sich dabei aber auf Berichte der Parteien verlassen, denn er kann nicht selbst in der Buchhaltung der einzelnen Parteien nachschauen. Auch deshalb gilt Österreich nicht gerade als Vorbild, was die Parteienfinanzierung betrifft. Dass Geld allein übrigens keine Wahlen gewinnt, hat der Präsidentschaftswahlkampf von 2016 gezeigt. Die demokratische Kandidatin Hillary Clinton hatte weit mehr Geld als ihr republikanischer Gegner Donald Trump und hat trotzdem verloren. Die demokratische Kandidatische 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 Kandidaten